Wir müssen mit Nein stimmen, damit wir das Krankenhaus bekommen. Und zwar ein Krankenhaus für den Heilkreis, nicht zwei, in zwei Orten. Damit die Leute einen Punkt haben, an dem sie hinfahren können, wo sie behandelt werden, wo sie komplett behandelt werden. Und auch für Windfegel ist das wichtig, weil wenn die Johanniter, wir stehen hier bei den Johanniter in Spam steht, wenn die Johanniter Notfall aus Windfegel abholen, dann fahren die den nach Salzbohle. Oder nach Soltau, manchmal auch nach Celle oder nach Hannover, aber das kommt dann darauf an. Aber im Normalfall nach Salzbohle. Und das wäre dann gut, wenn dieser Patient in einem Krankenhaus bleibt und nicht dann für bestimmte Untersuchungen nach Soltau transportiert werden muss. Und dann hin und her pendeln muss. Und die Angehörigen teilweise gar nicht wissen, wo ihr Familienmitglied liegt. Und das ist keine befriedigende Lösung. Deswegen Nein, abstimmen, damit wir ein Krankenhaus an einem zentralen Ort bekommen.